Es wird kalt, haben Sie alle schon gemerkt. Und wenn es in Berlin kalt wird, dann starten wir die Kältehilfe. Am 1. Oktober starten wir mit ca. 640 Betten. Ab 1. November stocken wir auf, auf 1000. Und wenn mehr gebraucht wird, haben wir auch noch mehr. Und bitte halten Sie die Augen offen. Der Kältebus ist wieder unterwegs. Und eine große Bitte noch. Unsere Spendenkammern in Berlin sind leer. Wenn Sie also warme Klamotten haben, die Sie nicht mehr anziehen, bringen Sie sie gern vorbei. Vielen Dank dafür. Bis dann. Tschüssi.